Norddeutscher Rundfunk 2021 Ich bin Hampi. Ich bin original Murtitaler Walschmöcker. Also nicht zu verwechseln mit den Murtitaler Wetterschmöcker, mit den Huren Saukäuben. Seit Generationen haben wir Walschmöcker die Wahlen voraussagen. Nur aufgrund der Zeichen aus der Natur. Das ist definitiv Wahljahr. Ah, und das riecht er jetzt aus der Luft? Nein, nein, es hat schon wieder Wahlplakate. Wieso geht er eigentlich nicht ins Bundeshaus riechen? Wieso hier in der Natur? Bundeshaus, Bundeshaus, was willst du hier riechen? Es riecht alles nach Sandstein. Nein, wer die Demokratie verschlägt immer von draussen. Nein. Die Mitte-Parteien und die, die hier so verästet sind, kommen alle auf keinen grünen Zweig. Uh, gar nicht gut, gar nicht gut. Gar kein gutes Zeichen. Gar nicht gut, gar nicht gut. Das twittert wieder von allen Löchern her. Dann brauchst du ein Wahlbarometer, wenn wir so schöne Handbeise haben. Was macht Handbeise? Es arbeitet. Es arbeitet, es arbeitet, es arbeitet den ganzen Tag. Es holt dich zu einer Königin, Karin Keller-Sutter. Ja, das sieht gut aus für die Handbeise und für die FDP. Es wird wiederholt, ein Jahr. Ein bisschen Glyphosat. Sieht nicht gut aus für die Linken. Schmeckt dir jetzt hier etwas raus? Nein, es ist nichts einfach. Meine Mutter ist schon aus dem Murtital gekommen. Die Mutter ihre Mutter ist schon aus dem Murtital gekommen. Es kommen schlussendlich alle Mütterinnen aus dem Murtital. Es war immer schon so. CVP. Das ist jetzt ganz interessant. Der Schneck ist da gewesen, Schlemspor. Das heisst, es gibt einen ganz schleimigen Wahlkampf. Aufpassen, ein gutes Schuhwerk mitnehmen. Seht ihr das? Das wird wieder wild in der Gegend, ohne Scham, du. Schaukaube. Ja, ganz klar. Die Rente geht in Richtung Sachpolitik. Vor zwei Wochen war das noch ein Gletscher. Das ist gut für die Grünen. Das deutlichste Zeichen, dass es wieder Wahljahr ist. Auch im Wald steht die Wahlunion schon wieder bereit. Sieht, dass es wieder holt. Wenn ich dahinten darf wird, ist es zum Wald. Ich sehe es natürlich, dass es aufnieren. Das ist ja der Regen. So weit meine Prognose. Mein Name ist Hampi. Ich muss in der Wahl riechen. Bis zu der nächsten Wahl. Wir alle wieder schmöcken miteinander. Das war mein Wunsch. Ich kann es nicht besser. Das ist das Maximum. Ich weiss. Gut, dann lassen wir das sein.